5, 6, No, 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 I will never forget, no, no, I will never regret, no, no, I will live, no, no. Große Vorfreude beim Saison Opening in Schladming. Als erster wird Marlon Rudett die Bühne betreten, doch er muss improvisieren, denn British Airways hat sein ganzes Gepäck verloren. Gitarren, Bassgitarren, meine Steel Pan, ich bin in der Karibik aufgewachsen und dort spielt man Steel Drums und Steel Pan und es ist ein ziemlich seltenes Instrument. Keine Chance, eines irgendwo zu mieten. Mein Beileid für jeden, der in Zukunft mit British Airways fliegt. Auch Natalia Kills ist voller Vorfreude. Alle, die mein Album noch nicht gehört haben oder meine Musikvideos noch nicht gesehen haben, können heute gespannt sein. Ich werde die Songs von meinem neuen Album singen, inklusive der Single Free und meiner nächsten Single Kill My Boyfriend. Das wird das sein, was mir heute Abend am meisten gefallen wird. Meine Musik den Leuten vorstellen, die sie noch nicht kennen. Die meisten Fans sind wahrscheinlich für Jared Leto und 30 Seconds to Mars gekommen. Ein erfahrener Jared stellte sich im Schnee mit seiner Band den Journalisten. Er hat noch zusätzlich eine Decke angezogen. Ich werde heiße Schokolade auf der Bühne trinken oder Tee und beten. Es wird lustig werden und ich glaube, wir haben so etwas noch nie gemacht. Aber es wird lustig werden. Zweieinhalb Jahre touren die drei Jungs und spielen in Schladming das letzte Europakonzert. Heute wird es sehr emotional. Tränen werden fließen und frieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017